Hey Leute, heute widmen wir uns der fünften Säule des Lebens, eurem Innersten. Wie genau könnt ihr darin weiterkommen? Ich habe letztens einen Kommentar unter einem Video gehabt, der da lautete, diese Arbeit am Innersten ist irgendwie immer nur Gerede um den heißen Brei. Was genau das bedeutet, erklärt niemand. Welche Tätigkeiten sollten ausgeführt werden, um innere Defizite zu beseitigen? Meditation, Tagebuch, was? Erstes Problem für mich an der Stelle, das ist ein langfristiger, individueller Prozess und es ist zeitlich leider nicht mehr drin, jedem Einzelnen in oder unter den Videos zu helfen. Die Frage an und für sich ist aber extrem wichtig und natürlich gibt es dafür eine Antwort für diejenigen unter euch, die sich da ein bisschen verloren fühlen. Das absolute Stichwort ist Persönlichkeitsentwicklung. Die Säule Innerstes ist eure persönliche Entwicklung. Nicht die eines anderen, nicht meine und schon gar keine verallgemeinerte. Wir sind keine individuellen Schneeflöckchen und es gibt Ansatzpunkte, die ich euch nennen werde. Aber wenn ich euch beispielsweise meine Entwicklung beschreibe und sie euch als Vorlage gebe, dann ist es, als würde ich meinen Nachhauseweg auf einer Landkarte einzeichnen und jedem von euch sagen, geht denselben Weg. Oder kleiner gedacht, wenn wir nachts aufstehen und aufs Klo gehen und ihr geht eins zu eins denselben Weg wie ich, dann pisst ihr euch vermutlich aus Versehen auf den Wohnzimmerteppich. Und genau so kann es enden, wenn ich beispielsweise einem ängstlichen Bindungstyp exakt meine Entwicklung aufgeben würde. Jeder steht woanders. Wir unterscheiden uns hauptsächlich in Traumata, Erfahrungen und Glaubenssätzen. Wirklich grob gesagt. Und die gilt es individuell aufzuarbeiten und erstmal herauszufinden. Das große Ziel ist klar. Sich selbst kennenzulernen und sich darüber innere Ruhe, Kontrolle, Frieden, Glück und Selbstwert zu erarbeiten. Das große Problem hierbei liegt hauptsächlich darin, dass wir den Weg nicht sehen können, weil Glaubenssätze unterbewusst entstehen und wir die Möglichkeiten gar nicht wirklich wahrnehmen können. Ein Löwe, der im Käfig geboren wird, vermisst die Weite der Savanne und die Möglichkeiten darin nicht. Einer, der in der Savanne geboren wird, hält es für normal. Das hier ist kein bescheuertes Escape the Matrix-Gelaber. Es ist sehr klein und individuell gedacht. Ihr müsst aus eurer Komfortzone herauskommen, um neue Möglichkeiten wahrnehmen zu können. Um sehen zu können, wo ihr überhaupt selbst ansetzen könnt. Wer ihr sein wollt und wie ihr dazu werden könnt. Nehmen wir eine andere Säule als Beispiel, warum das hier so schwer ist. Euer Hobby. Dummes Beispiel hierfür, weil es das so gut erklärt. Jonglieren. Ihr werdet darin in der Zeit besser, wenn ihr es tut. Und könnt euch außenrum vielleicht noch ein bisschen fortbilden, indem ihr Techniken googelt und euch Quick Hacks dazu raussucht, die ihr dann weiterhin lernen könnt. Nur in dieser Zeit kommt ihr weiter. Klar greift es auch ein bisschen in die Säule Job-Finanzielle Sicherheit, weil ihr dadurch runterkommen und dann wieder produktiver sein könnt. Aber nicht wirklich tiefgreifend. Das Innerste ist teilweise darauf angewiesen, dass ihr in allen anderen Säulen weiterkommt, weil ihr hier neue Impulse für euch selbst bekommt und immer mehr wisst, was ihr wollt und braucht. Es zeigen sich euch dadurch andauernd neue Ansätze dafür. Es endet nie. Ihr müsst es nur wahrnehmen und dann für euch nutzen. Die Säule Innerstes ist eine Reise hin zu euch selbst, zu dem, der ihr werden wollt und werden könnt. Ihr könnt es vernachlässigen und entweder die Augen davor verschließen, weil ihr so konzentriert auf eure aktuelle Tätigkeit seid oder weil ihr versucht, es anzugehen wie die anderen Säulen. Es wird aber nur sehr begrenzt funktionieren. Ihr müsst mit offenen Augen durch die Welt gehen und selbst immer präsenter darin werden, herauszufinden, was das Leben eigentlich für euch bereithält. Gerade dann, wenn ihr bereit seid, zuzugreifen oder euch richtig zu positionieren. Was der Fragensteller von mir will, ist im Grunde eine direkte Anleitung, ein Zwölf-Schritte-Plan oder ein Programm, was er durchlaufen kann. Nur gibt es das nicht. Er muss die Arbeit selbst machen, in der Praxis und in der Realität. Klar kann ich Tipps geben, kein Problem. Aber ihr müsst sie auf euch selbst übertragen. Gebe ich einem unsicher vermeidenden Bindungsstil den gleichen Tipp wie einem unsicher ängstlichen, dann entfernt dieser sich vermutlich sogar noch mehr vom persönlichen Wachstum. Wobei man sagen kann, dass man durch Persönlichkeitsentwicklung generell ein sichererer Bindungstyp wird. Denn man schafft sich den Selbstwert durch den Fokus auf sich drauf, um nicht mehr im Mangel zu leben und dadurch auf bestimmte Dinge und bestimmte Menschen angewiesen zu sein. Es lebt sich sehr viel einfacher und entspannter, wenn die Leute um einen herum existieren und bleiben, weil man das will und nicht, weil man das braucht. Den Punkt sollte man für sich anstreben. Unabhängigkeit, Unbedürftigkeit. Wie soll man innere Defizite beseitigen? Das kommt aufs Defizit an. Das kommt auf die Ausprägung und eure Glaubenssätze an. Fast niemandem ist spezifisch bei solchen Problemen mit Meditation zu helfen. Wenn man es aber nicht als Mittel gegen das Problem selbst sieht, sondern um sich selbst kennenzulernen und eine innere Ruhe zu entwickeln, ist es immer noch nicht für jeden das Richtige. Für viele ist es aber hilfreich, weil es andere Dinge wieder steigert und sie sich selbst bewusster über sich werden. Je nachdem, welche Art der Meditation gewählt wird. Wie gesagt, das Innerste ist der Weg auf sich selbst zu. Nicht das, was man tief in sich schon immer war. Das wäre Stagnation und ist in meinen Augen selten eine hilfreiche Metapher. Nein, wirklich das, was aus einem werden kann. Das Potenzial so gut genutzt, wie es nur geht. Was braucht ihr wirklich, um glücklich zu sein? Zuallererst grundlegend, also Traumaaufarbeitung, momentane emotionale und psychische Probleme, tief vergrabene und vermiedene Gefühle, die erst zu den Glaubenssätzen geführt haben, die ihr jetzt vermutlich noch gar nicht seht. Allein das ist schon eine Kunst für sich, aber es ist machbar. Für jeden in seiner eigenen Geschwindigkeit und mit der eigenen notwendigen Intensität. Man muss es intrinsisch wollen und man darf auch nicht zu verbissen daran gehen. Auch das kann blockieren. Man kommt immer weiter, wenn man einfach nur dran bleibt. Man findet immer mehr über sich heraus und kommt an bestimmte Punkte, die einem wieder neue Richtungen eröffnen. Oder die einem zeigen, was man sich eigentlich tatsächlich im Grunde schon immer gewünscht hätte. Wir denken hier zu oberflächlich, wenn wir beispielsweise meinen, dass der Lambo und die Rolex Ziele wären, die wir anstreben. Was wollen wir hier wirklich? Wollen wir Anerkennung von außen? Uns selbst belohnen? Den Geschwindigkeitsrausch? Immer neue Höhen? Man muss sich auch eingestehen können, warum man etwas wirklich will. Das war jetzt ein passendes, oberflächliches und plumpes Beispiel. Gehen wir tiefer. Der Glaubenssatz hinter beispielsweise einer Opferrolle. Ja, es ist bequem, die Verantwortung abzuschieben und sich als denjenigen darzustellen, der ihm recht ist und vollkommen ohne Grund angegangen wird. Meistens kommt das aber a. aus der Gewohnheit heraus, sich damit besser zu fühlen, als wenn man aktiv selbst etwas tun würde, oder b. dadurch Aufmerksamkeit und Beistand zu bekommen und so weiter. Wo würdet ihr das angehen? Es ist einfach von außen zu sagen, dass man der Person nicht helfen kann. Und das stimmt, das kann sie nur selbst. Wodurch? Indem sie rausfindet, wie sie zu dem wurde, was sie heute ist. Dafür gibt es zig verschiedene Möglichkeiten und Gründe. Es gibt auch schon genau dazu ein Video auf dem Kanal, die Opferrolle. Was ich euch damit eigentlich sagen will? Du kannst verallgemeinernd nur sagen, dass ihr eure verdammten Probleme erkennen und lösen müsst. Indem ihr an den anderen vier Säulen arbeitet und dort eure Was-brauche-ich-Ziele setzt und erreicht, kommt ihr dem schon ein ganzes Stück näher. Nicht indem ihr sie erreicht, sondern indem ihr euch auf den Weg dahin macht und erkennt, warum ihr das braucht und wer ihr wirklich seid oder sein müsst, um ohne Angst, Furcht, Neid und so weiter zu leben. Weil ihr euch das nur selbst geben könnt. Es ist alles ineinander verwoben, aber ihr müsst erkennen, wer dieser Mensch ist und werden kann, damit ihr eine Richtung habt, in die ihr gehen könnt. Und die wird sich andauernd mal anpassen. Ich habe im Video Gesunde Maskulinität erwähnt, dass ich damit genau solche Probleme habe und hatte wie ihr vielleicht. Ich habe und hatte ein Problem mit Kontrolle. Erst fehlende Kontrolle und dann, weil ich zu sehr mit anderem beschäftigt war, während ich diesen Weg immer weitergegangen bin, mit zu viel Kontrolle. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber Extreme sind nie gut. Und wenn du von dir selbst mit Sicherheit sagen kannst, dass eine Trennung dich nicht mal emotional ein bisschen berühren würde und es nichts mit dir macht, dann steckst du zu tief im Extrem drin. Das war zumindest meine Schlussfolgerung für mich selbst. Und in dem Moment, in dem ich das bemerkt habe, konnte ich wieder aktiv meinen Fokus darauf richten und daran arbeiten. Ihr seht, es ist auch etwas, was gefühlt eine Sisyphos-Aufgabe ist. Also der Typ aus der griechischen Mythologie, der einen Stein in den Berg hochrollt und er ganz oben angekommen ist, dieser immer wieder herunterrollt und so weiter. Ihr habt nur eine begrenzte Kapazität, die ihr nutzen könnt und könnt nicht immer alles auf einmal im Blick behalten. Das heißt, gewisse Dinge kommen immer zu kurz, bis sich euer Blick wieder darauf richtet. Das ist aber nicht schlimm, wenn ihr mal Momentum aufgenommen habt. Denn dann laufen die Dinge fast von allein und ihr müsst nur noch minimale Anpassungen vornehmen, wenn ihr ein Thema schon durch habt. Denkt nur daran, dass Theorie und Praxis davon eingeschlossen werden. Heißt, verbringt ihr zu viel Zeit in der Theorie, geht die Praxis dabei drauf. Verbringt ihr zu viel Zeit in der Praxis, reflektiert ihr nicht, wie und wo es weitergehen könnte und euch fehlt ein entsprechender Weg hierfür. Dieses Maß ist auf die aktuelle Situation anzupassen. Und allgemein gesehen schafft euch Kapazitäten, indem ihr euren Mist aufarbeitet. Der blockiert euch nämlich im Alltag. Die Erweiterung der Komfortzone ist hierbei extrem wichtig. Das ist der Bereich, an dem ihr euch wohlfühlt und wieder emotional zu Kräften kommen könnt. Stellt euch mal vor, der ist nicht klein und auf eure vier Wände beschränkt, sondern betrifft gefühlt euer ganzes geführtes Leben. Das ist wirkliche Freiheit und die müsst ihr euch logischerweise persönlich erarbeiten. So, jetzt wollt ihr sicher spezifischere Tipps. Wie gesagt, kommt aus der Komfortzone raus und dann zieht Schlüsse für euch selbst. Wo steht ihr? Was sind die Probleme beim Weiterkommen? Ich habe euch schon mal zwei Videos zum Thema Buchempfehlungen gemacht. Schaut da mal rein und erweitert euren Horizont. Ein einziger guter Satz in irgendeinem Buch, egal ob gut oder schlecht, kann euch den Anstoß in eine Richtung geben, an die ihr jetzt vielleicht noch gar nicht denkt. Nicht jede ist es wert, gegangen zu werden, aber ihr merkt schon, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Dann arbeitet wirklich mit solchen Dingen wie Büchern, Videos und so weiter. Es bringt euch nichts, sie einmal zu lesen oder zu hören. Nutzt die darin enthaltenen Infos und schafft Gewohnheiten bei Dingen, die euch ein gutes Gefühl geben und langfristig weiterbringen. Und was ich persönlich mache, ich setze mich einmal im Monat hin, wenn es gerade nicht läuft, auch häufiger und gehe mal durch, wo ich selber stehe. Wer ich aufgrund meiner Taten und Beweggründe bin und ob das für mich so passt. Ob ich meinem Potenzial gerecht werde oder ob ich vielleicht in eine Richtung abrutsche, die neutral betrachtet nicht optimal ist. Und ich finde immer irgendwas. Das ist aber normal. Denkt nicht, das würde euch schlecht machen. Es ist gut, wenn man bemerkt, was nicht gut läuft oder dass man woanders ansetzen könnte. Dann schreibe ich mir meine Prioritäten raus. Manchmal opfere ich hier und da Kapazitäten, weil etwas anderes wichtiger ist. Priorisierung ist extrem wichtig. Was bringt es euch, in einem Monat Millionär zu sein, wenn ihr eure Depression nicht in den Griff bekommt und euch in anderthalb Monaten aus dem Fenster werft? Das ist natürlich ein Extrembeispiel, bei dem man schon nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Das gilt es dadurch aber auch langfristig zu vermeiden. Ihr sollt euch erden und schauen, wo ihr, so neutral wie möglich betrachtet, steht. Und von dem Standpunkt aus, der neutraler und neutraler wird, bis der Stoizismus so richtig kickt, entscheidet ihr, wie es für euch weitergehen muss. Es ist ein Muss. Ihr schafft euch in diesen Momenten mit euch selbst, in denen ihr ein Resümee zieht. Keine Standpunkte wie, ja, ich würde ja gerne, also wenn ich die Wahl hätte, bla 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 bla. Wenn wir die Wahl haben und uns das Gefühl dahingehend geben, sind wir Menschen faule Schweine. Da gibt es die nette Geschichte von Alexander dem Großen. Der hat hinter sich alle eigenen Schiffe verbrennen lassen, damit seine Armee nur noch einen einzigen Weg hatte, den nach vorne. Hier auf dem Kanal geht es sehr häufig um Beziehungen, die zu Bruch gegangen sind. Gleiches Prinzip. Ihr habt nur den Weg nach vorne. Das Schiff, also die ehemalige Beziehung, fackelt da hinten am Horizont. Ihr könnt da stehen bleiben oder für euch weitergehen. Wenn ihr euch und euren Emotionen die Wahl gebt, dann werdet ihr euch immer für die Sicherheit, also das, was ihr schon kennt und den Komfort entscheiden. Das ist einfach so in uns drin. Aber der Tipp Nummer eins an der Stelle war, aus eurer Komfortzone herauszukommen, weil es nur außerhalb dieser wirkliches Wachstum geben kann. Also gebt euch auch innerlich nicht die Möglichkeit, das als optional anzusehen. Ihr müsst weiterkommen. Nicht krampfhaft. Ihr braucht die zeitliche Komponente und ihr müsst auch erstmal wissen, wohin ihr euch bewegen sollt. Wenn ihr das nicht entscheidet, entscheiden das andere oder der Zufall. Aber seht eure Entwicklung immer als Notwendigkeit an. Es ist zu jeder Zeit zu eurem eigenen Vorteil. Tragt die Verantwortung für euch selbst. Wenn ihr eben zu faul seid oder euch nicht mit euch selbst auseinandersetzen wollt, dann seid ihr hier falsch. Dann kann ich euch nicht helfen. Wenn ihr dazu bereit seid, schaut euch die Mindset-Playlist an. Die Arbeit am Innersten ist Gerede um den heißen Brei. Allein dafür gibt es Stand August 2023 110 Videos. Nur, dass ich sie nicht alle explizit mit Arbeit an den fünf Säulen des Lebens, Innerstes, beschrifte. Das muss und sollte nicht so beschriftet werden, da jeder andere Ansätze hat. Nicht jedes Buch wird jedem weiterhelfen. Selbst nie mehr Mr. Nice Guy ist für manche nur eine nette Dreingabe. Die zucken einfach mit der Schulter danach, lesen sich Harry Potter 4 durch und sind begeistert, weil sie ein Zitat gefunden haben, was mit ihnen resoniert und sie weiterbringen kann. Ganz blödes Beispiel an der Stelle, aber so läuft es da draußen. Sowas kann ein Anstoß sein. Also auch hier wieder. Fokus auf euch. Selbstverständnis, Verantwortungsbewusstsein und emotionale Kontrolle sind weitere Schlagwörter, die ihr für euch selbst festsetzen und angehen solltet. Ihr habt ein Riesenpotenzial, aber ihr müsst es selbst erkennen und für euch nutzen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.